Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe mit rund 6.500 Mitarbeitern und wir produzieren textile Bauteile für die Automobilindustrie, das heißt zum Beispiel textile Radlaufschalen, Unterbodengruppen und auch Dachhimmel. Wenn du bei uns eine Ausbildung oder ein duales Studium beginnen möchtest, hast du eigentlich ganz verschiedene Möglichkeiten, wir bieten sowohl im technisch-gewerblichen Bereich als auch im naturwissenschaftlichen und im kaufmännischen Bereich Ausbildungsgänge an. Und jetzt nehme ich dich mit in unser Unternehmen. Hallo, mein Name ist Carina Bohland und ich mache meine Ausbildung hier zur Industriekauffrau. Während der Ausbildung durchlaufen wir viele verschiedene Abteilungen, wie zum Beispiel Personal oder Vertrieb. Bei uns im Einkauf besorgen wir zum Beispiel die Fasern, die dann später in der Produktion benötigt werden. Hallo, mein Name ist Nils Jordan und ich mache meine Ausbildung als Fachinformantiker für Systemintegration bei Borgas. In IT kümmern wir uns um die Software und Hardware unserer Mitarbeiter. Wir sind zuständig für fast alle Standorte in Deutschland, unterstützen aber auch weltweit unsere Standorte, da viele Systeme in Bocholz zusammenlaufen. Als Azubi bin ich vor allem für die Standorte in Bocholz zuständig. Dort betreue ich die Mitarbeiter bei alltäglichen Computerproblemen. Diese löse ich über Fernwartungsprogramme oder direkt vor Ort. Hi, ich bin Christian Kras. Ich mache seit knapp einem Jahr das duale Studium zum Textillaboranten und Chemieingenieur. Ich habe mich für Borgas entschieden, weil man gute Aufstiegsmöglichkeiten hat und praxisorientiert und selbstständig arbeiten kann. Besonders gut gefällt mir, dass ich die Theorie aus der Hochschule auch praktisch in der Ausbildung anwenden kann. Mein Name ist Lukas Henbring. Ich bin seit Sommer 2018 Auszubildender Industriemechaniker bei der Firma Borgas. Zu meinen Tätigkeiten gehören Warten und Reparieren der produzierenden Anlagen, unter anderem auch Drehen, Schweißen und Fräsen. Wenn du noch mehr über unsere Ausbildungsgänge erfahren möchtest, schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Die findest du jetzt hier unten eingeblendet. Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Vielleicht sehen wir uns ja hier bald.